Ich als ganz großer Marvel-Fan habe gerade Kostüme entdeckt. Was bietet ihr denn da noch an? Ja, Marvel bieten wir ganz, ganz viel an, weil wir das seit vielen Jahren schon haben, die Lizenz. In den letzten Jahren ganz viele neue Filme unter Marvel auch rausgekommen sind, wo die Charaktere, die hier stehen und noch weitere mehr, eben drin vorkommen. Hier haben wir jetzt von Thor über Captain America, Hulk bis hin zum Iron Man und sogar den Spider als Hund am Start. Und da sind wir sehr, sehr froh drüber, weil sie sich anfangs in Deutschland ein bisschen schwerer getan haben. Seit zwei Jahren ist das richtig gut geworden. Das heißt, wir haben jetzt Kostüme für die ganze Familie, die ganze Familie. Selbst der Hund kann ein Marvel-Kostüm tragen. Bis hin zum Hund, ganz genau. Super. ... ... ... Vielen Dank.